Hallöchen! In diesem Video lernst du, wie du die Geschwindigkeit geladener Teilchen filtern kannst, und zwar so, dass alle Teilchen am Ende gleich schnell sind. Dazu brauchst du zuerst mal ein Magnetfeld, welches hier zum Beispiel in den Bildschirm hineingerichtet ist. Da hinein platzierst du einen Plattenkondensator, und zwar so, dass das Magnetfeld parallel zu den Plattenflächen verläuft. Und dann brauchst du natürlich noch eine Teilchenkanone, mit der du geladene Teilchen in den Plattenkondensator hineinschießt. Das können negativ geladene oder positiv geladene Teilchen sein, Hauptsache sie sind elektrisch geladen. Was passiert, wenn du elektrisch geladene Teilchen, zum Beispiel Elektronen, in dieses Magnetfeld reinschießt? Sie werden kreisförmig nach unten abgelenkt, weil sie eine Kraft erfahren. Merke dir, bewegte geladene Teilchen im Magnetfeld erfahren eine Kraft, die sie ablenkt. Diese Kraft heißt Lorentzkraft. Ihren Wert kannst du mit Qvb ausrechnen. Q ist die Ladung des Teilchens, V ist seine Geschwindigkeit und B ist die magnetische Flussdichte, also die Stärke des Magnetfelds. Du siehst also, je größer die Ladung des Teilchens ist, je schneller sich das Teilchen bewegt und je stärker das Magnetfeld ist, in dem das Teilchen bewegt wird, desto größer ist die ablenkende Lorentzkraft. In welche Richtung wird das Teilchen abgelenkt? Ganz easy. Dazu benutzt du die sogenannte Dreifingerregel. Für negativ geladene Teilchen benutzt du die linke Hand, für positiv geladene Teilchen die rechte Hand. Du hast hier negativ geladene Teilchen, also benutzt du dafür die linke Hand. Richte den Daumen, wohin sich das Teilchen bewegt, also nach rechts. Richte den Zeigefinger in Richtung des Magnetfelds, also in den Bildschirm hinein. Wenn du jetzt noch deinen Stinkefinger unter einem 90 Grad Winkel ausstreckst, dann wird er dir die Richtung der Lorentzkraft zeigen, also hier nach unten. Dorthin wird dein Teilchen abgelenkt. Bedenke, wenn du ein positives Teilchen reinschießt oder die Richtung des Magnetfelds umdrehst, dann ändert sich natürlich auch die Richtung der Lorentzkraft. Gönn dir unbedingt folgende Übung, ich werde positive oder negative Teilchen ins Magnetfeld reinschießen und die Richtung des Magnetfelds ändern. Du musst dann die Richtung der Ablenkung bestimmen. Drücke einfach auf Pause, wenn du mehr Zeit brauchst. Soweit verstanden? Ein positives Teilchen bewegt sich nach rechts und das Magnetfeld im Plattenkondensator ist in den Bildschirm hinein gerichtet. Wenn du die Drei-Finger-Regel anwendest, wirst du feststellen, Lorentzkraft wirkt nach oben. Ein positives Teilchen bewegt sich nach links, das Magnetfeld dort ist in den Bildschirm hinein gerichtet. Wohin wird das Teilchen abgelenkt? Das Teilchen wird nach unten abgelenkt. Und jetzt kommt noch eine letzte Akrobatikaufgabe für dich. Ein negatives Teilchen bewegt sich nach links und das Magnetfeld ist aus dem Bildschirm hinaus gerichtet. Wohin wird es abgelenkt? Ich hoffe es war nicht zu schwer, die Lorentzkraft wirkt nach unten. Lass uns erstmal negative Teilchen verwenden und das Magnetfeld zunächst ausschalten. Schalte jetzt den Plattenkondensator so an, dass die obige Platte positiv und die untere negativ geladen ist. Das heißt, dein negatives Teilchen wird von der oberen Platte angezogen, sodass es dorthin abgelenkt wird. Diesmal ist die elektrische Kraft schuld daran. Wie groß diese Kraft ist, kannst du mit Q mal E berechnen, wobei Q die Ladung des Teilchens ist und E die elektrische Feldstärke im Plattenkondensator. Hättest du übrigens ein positives Teilchen verwendet, dann wäre die Ablenkung nach unten, weil die negative untere Platte das positive Teilchen anziehen würde. Super geil, denn jetzt hast du alle notwendigen Grundlagen drauf, um Geschwindigkeit zu machen, Geschwindigkeitsfilter zu verstehen. Also, schießen wir mal negativ geladene Teilchen in den eingeschalteten Plattenkondensator hinein. Im Plattenkondensator ist jetzt auch das Magnetfeld eingeschaltet und zeigt in den Bildschirm rein. Was passiert wohl? Die elektrische Kraft wird das Teilchen nach oben ziehen und die Lorentzkraft nach unten. Wenn die elektrische Kraft größer ist als die Lorentzkraft, dann wird das Teilchen nach oben abgelenkt. Ist klar. Und wenn Lorentzkraft größer ist, dann wird das Teilchen nach unten abgelenkt. Ist auch klar. Wenn aber die Kräfte genau gleich sind, dann werden deine Teilchen einfach geradeaus fliegen. Diese Teilchen erfüllen nämlich die Gleichung elektrische Kraft ist gleich Lorentzkraft. Also, mit eingesetzten Formeln Q mal E ist gleich Q mal V mal B. Forme diese Gleichung nach der Geschwindigkeit um. Wie du siehst, die Ladung Q kürzt sich weg. Das heißt, ganz egal ob dein Teilchen 1 Coulomb Ladung oder 42 Coulomb Ladung trägt, die Geschwindigkeit bleibt gleich. Da es ein Geschwindigkeitsfilter ist, musst du andere Teilchen, die diese Gleichung nicht erfüllen, ausfiltern. Dazu packst du einfach eine Abschirmung hinein mit einem Spalt in der Mitte. Dadurch können nur Teilchen durchkommen, die geradeaus fliegen. Und du weißt, welche Geschwindigkeit sie haben, nämlich V ist gleich E durch B. Das ist sehr, sehr, sehr geil, denn jetzt kannst du deine gewünschte Geschwindigkeit einstellen, indem du elektrische Feldstärke E und die magnetische Flüssdichte B variierst. Weil für die elektrische Feldstärke im Plattenkondensator U durch D gilt, wobei U die angelegte Spannung ist und D der Abstand der Platten, kannst du zum Einstellen der Teilchengeschwindigkeit zum Beispiel die Spannung am Plattenkondensator verändern. Ganz easy. Ach, und falls dein Lehrer ein Physik-Gangster ist, wird er dich auch nach einem Geschwindigkeitsintervall Delta V fragen. Du fragst dich bestimmt, was das ist. Schau mal. Der Durchlassspalt der Abschirmung hat eine bestimmte Breite, die viel größer ist als das Teilchen selbst. Das heißt, da kommen auch Teilchen durch, die nur ganz leicht abgelenkt wurden. Du bekommst also ein Sammelsurium von leicht abweichenden Geschwindigkeiten aus dem Spalt heraus. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann gönn dir diesen schönen Text dazu. Ansonsten wäre es cool, wenn du mich unterstützt und fleißig kommentierst. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Let's go. Let's go.